Hey Leute, da bin ich wieder, euer TheFailOfBigFave nach einer Pause von einer Woche, so ungefähr. Äh, ja, also als erstes werde ich euch heute mal so wieder einen Angriff zeigen halt. Ähm, ja, also diesmal habe ich halt schon meine, äh, Schießakerle auf Level 3 abgradet. Ähm, deswegen habe ich dir jetzt auch so einen blauen Hut und, äh, ja. Ja, ich werde mal sehen, was ich da für so Geld und so alles kriegen werde. So, ich mache jetzt mal einen Cut, bis zu einem wachen Gegner halt, ja. So, Leute, ich habe mir jetzt diesen Gegner hier ausgewählt, ähm, weil ich, ähm, weil er halt viel Gold hat, aber, äh, ja, auch, äh, weil ich halt kein Gold mehr habe, um zu einem neuen Angriff zu kommen. Also, äh, mehr Gründe. So, dann werden wir, entschieden wir es erst mal zu uns aufmachen, öffnen, und dann hier so ein paar tausende. So, damit wir, äh, schönes Geld haben. So, ich werde, äh, wahrscheinlich zu 100% verlieren, aber, was soll's. So, dann mache ich diese ein paar. Äh, ja, also, äh, gewonnen nicht wirklich, aber, äh, naja. Äh, also, ciao, Leute, und wir sehen uns beim nächsten Mal mit The Fail of Big Faith. Die Jahre